Ihr habt mir viele Kommentare geschrieben, danke dafür an der Stelle. Auch wenn ich nicht immer alle sofort beantworte, lese ich sie und finde es cool, wenn ihr euer Feedback zu meinen Videos in die Kommentare postet. Deswegen habe ich mir überlegt, mit einem neuen Format zu experimentieren. Ich habe mir ein paar von euren Kommentaren herausgesucht und werde sie in diesem Video für alle beantworten. Da Windeln ja ein sensibles und umstrittenes Thema sind, habe ich mich zum Schutz von euch dazu entschieden, die Daten des Kommentarschreibers oder der Kommentarschreiberin bei jedem unkenntlich zu machen. Manche haben dort ihren echten Name eingetragen oder ein Bild, auf dem sie zu sehen sind. Ich möchte natürlich nicht, dass jemand von euch durch sowas unfreiwillig geoutet wird oder ähnliches. Erste Frage, trägst du Windeln ebenfalls im Alltag, also in der Nacht und so außerhalb der Praxistests? Ich trage nicht 24 Stunden und 7 Tage die Woche Windeln, aber schon recht oft. Also ja, auch außerhalb der Praxistests. Da sind es dann die Windeln, die ich am liebsten mag. Wobei es dazu nicht mehr so oft kommt, weil die Tests schon viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich teste ja nicht nur eine oder zwei Windeln. Gerade bei neun Windeln weiß man noch nicht, wie sie vom Schnitt her sind und wie sie optimal sitzen. Deswegen trage ich bei den Tests einige Windeln, bevor ich mein Video mit dem Ergebnis mache, um einen möglichst fairen und unverfälschten Gesamteindruck zu bekommen. Gerade wenn es saugstarke sind, dauert das eine Weile. Ich kann also die Tests gut in den Alltag integrieren, weil ich dann einfach tagsüber die Windel trage, die ich gerade teste. Und sie halt erst wechsle, wenn sie ausläuft. Nummer 2, die Krinkelskleber heben nicht wirklich gut. Das ist zwar keine direkte Frage, dürfte denke ich trotzdem einige interessieren, weil die Krinkels ja eine ziemlich bekannte ABDL-Windel ist. Es stimmt schon, dass die Krinkelskleber nicht die gleiche Qualität haben, wie die teureren ABDL-Windeln, zum Beispiel Kritterkabus. Man kann sie aber mit zwei Tricks verbessern. Achtet darauf, dass die Fläche, auf der ihr kleben wollt, eben ist. Die Krinkels sind stark in die Packung gepresst und haben daher im Bereich der Kleber eine starke Linie vom Falten. Klebt ihr auf der, halten die Kleber schlechter. Am besten klebt ihr davor oder dahinter. Falls ihr auf dem Falz klebt, dann drückt ihn vorher platt. Tipp 2 klingt simpel, drückt die Kleber nach dem Aufkleben fest. Bei Mehrwegklebern braucht ihr das meistens nicht, weil die stärker kleben. Bei den Einwegklebern der Krinkels hält der Kleber durch das Drücken stärker. Seit ich das so mache, halten die Krinkels bei mir besser und sie gehen nicht mehr auf. Ansonsten solltet ihr auch darauf achten, Windeln nicht zu lange zu lagern. Die Kleber verlieren mit der Zeit an Klebekraft. Das gilt nicht nur für die Krinkels, auch andere Windeln kleben nicht mehr so gut, wenn sie schon ein paar Jahre alt sind, im Vergleich mit einer neueren. Nächste Frage, könntest du bitte die Little Kings testen? Diese Frage wurde schon öfter gestellt und ich habe einige Kommentare auch schon beantwortet. Ich habe die Windel bisher nicht ausprobiert, weil die Preise extrem teuer sind. Alleine die Little Kings kostet derzeit 39,95 Euro für eine Zehnerpackung, das sind satte 3,95 Euro pro Windel. Es wäre die mit Abstand teuerste Windel, die ich bisher getestet habe. Selbst die stärksten wie Critter Caboose, die schon sehr viel aushalten und hochwertig bedruckt sind, kosten deutlich unter 3 Euro pro Stück, derzeit 2,74 Euro. Aus meiner Sicht sind knapp 4 Euro pro Windel total übertrieben. Vor allem weil das System zu haben scheint, die Peak Abu beispielsweise haben vor nicht allzu langer Zeit noch 20,75 Euro pro Zehnerpackung gekostet. Dann sind sie aber auf 35,95 Euro hoch, also 3,60 Euro pro Stück. Das ist heftig. Und hier zieht auch das Argument der Nische nicht mehr, was bei den Little Kings ja zutreffen würde, weil laut Umfragen nur eine Minderheit Windeln mit textilähnlicher Oberfläche bevorzugt. Jedenfalls wirkt das für mich sehr danach, als ob Abu probiert, wie hoch man mit den Preisen gehen kann, um maximalen Profit zu erwirtschaften. Da mache ich nicht mit und werde daher keine Little Kings kaufen, solange sie derart teuer sind. Die Peak Abu übrigens ebenfalls nicht mehr, zu denen hatte ich vor einer Weile schon mal einen Praxistest gemacht. Sollte die Little Kings zu einem vernünftigen Preis erhältlich sein, probiere ich sie aus und mache ein Video dazu. Bis dahin werde ich allerdings schon bald die ersten Alternativen testen, also Windeln mit textilähnlicher Oberfläche, die zu einem akzeptablen Preis angeboten werden. Lange Zeit gab es keine, aber hier hat sich im Jahr 2023 einiges getan. Einen Teil der neuen Windeln habe ich euch ja schon in den Windelnews vorgestellt. Die Kartenfans können also trotzdem gespannt bleiben. Hat dir dieses neue Format gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, so dass ich weiß, ob euch das gefallen hat und ich zukünftig vielleicht einen weiteren Teil machen soll. Falls du weitere Fragen hast, kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben, sowohl bei diesem Video, falls es eine allgemeinere Frage ist, oder auch bei den anderen, je nachdem, wo es am besten hinpasst vom Thema her. Bleibt trocken, bis zum nächsten Mal.